die haben nur bier und kellogg's nur bier und cornflakes schock fallen immer gerne besser nicht rein na gut das geht natürlich auch so 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 Das war's für heute. Nee, wollte ich gar nicht. Ich schmeiß das Ding hinweg, das hat nicht zu viel Platz. Geht auch raus. R3 ablegen. Ablegen, ablegen, ablegen. Ablegen, ablegen. Ablegen, ablegen. Untertitelung des ZDF, 2020 Schraub MP-Granate Okay, da scheint wohl irgendeine Art von Special Rüstung zu haben Aber was ihr könnt, kann ich schon lange Zack Oh, yeah Ja 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 Oh, der hatte irgendeine Art von Special Rüstung. Der hat nix. Der hat nix. Oh, oh, das sind viele. Autsch. 70-0. Was ist das denn? Ein EG-Schalter. Kann ich dir was werfen? Ich bin ein EG-Schalter. Ich bin ein EG-Schalter. Ich bin ein EG-Schalter. Scheiße, da war ich wohl doch ein dickeren. Doch du ahnst es nicht, wie viele sind denn da drin? Oh, kacke. Und sicher hat mit kacken natürlich keiner von dieser komischen Granate ab. Oh, kacke. 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 Scheiße. kann ich den munition ändern war noch mal das ist das menü standardgewehr munition in einem wechsel doch die munition ich verstehe es nicht sonst die munition wechseln ich hatte das gedrückt dann geht er ins menü dass das augmentierungs menü auch auch wo war jetzt noch mal l3 anpassen jetzt haben wir standen panzerbrechend ausgewählt wenn wir es damit mal versuchen wollen wir hier die leichen das nicht der doch bestimmt auch was oder der schockgranate schroten mit schon hat das Das ist schon voll. Da krieg ich doch voll. Hä? Du für Munition nix. Auch nur Standard. Ja, probieren wir es mal hier mit. Es scheint ein Lagerraum zu sein. Standardgewehr, zerbrechen. Festgewehr, nehmen wir das hier. Das ist eine taktische Schrotflinte. 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 Was ist das? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Verlauben für alle Mitarbeiter, wer bei sich zum Fakt. Weiterhin verlauben für alle. Das ist keine Überlegung. Untertitelung des ZDF, 2020